Immer wenn ich Thumbnails lobe, gibt es auch ein paar Stimmen, die sagen, dass das doch überhaupt nichts Besonderes sei. Kurz in Photoshop ein paar Ebenen zu kopieren, wahllos zu rotieren und wieder einrasten zu lassen, hat doch nichts mit Können zu tun. Ich verstehe gar nicht, was du daran hast. Das kann doch jeder. Und ja, das kann tatsächlich jeder, aber nicht jeder kommt auf die Idee. Der zeitliche und technische Aufwand ist zweitrangig. Was zählt, ist die Kreativität. Und das unschlagbar beste Beispiel für diese These ist die Zombie-Macht-Sachen-Reihe von... Zombie. Denn hier verzichtet man auf professionelle Produktion, hundertfach perfektionierte Photoshop-Layer und farblich aufeinander abgestimmte Kontraste, sondern malt das, was im Video passiert, einfach noch mal schnell und schlecht in Paint nach. Das ist so absurd, dass es schon fast wieder genial ist, denn durch diese kindlichen Zeichnungen fällt man mindestens genauso gut auf wie durch ein professionelles Design. Zusätzlich sorgen sie aber auch dafür, dass die Videos und die Spiele, die Zombie in diesem Spiel, ein wenig verspielter und leichtherziger daherkommen. Die Titel dieser Videos sind auch alle konsequent in der dritten Person geschrieben und kommen dank der überhaupt nicht ernst zu nehmenden Thumbnails auch oftmals ohne den Spieletitel aus. Hier gilt, wie bei so vielen guten Thumbnails, die Idee wiegt mehr als der technische Aufwand. Fehlleitende oder irreführende Thumbnails zu machen, zeugt nicht etwa von mangelndem Können, sondern von falschen Intentionen. Und genau aus diesem Grund kann eigentlich jeder da draußen gute Thumbnails machen, ohne der nächste Photoshop-Messias zu sein.